Da ist einer, der mich denkt, der mich atmet, der mich lenkt, der mich schafft und meine Welt, der mich trägt und der mich hält. Wer ist dieser Irgendwer? Ist er ich? Und bin ich er? Was weiß der Fisch von Religion? Das frag ich mich immer schon. Denn was da fleucht, in Berg und Tal singt schmetternd seinen Dankoral, sogar im Sumpf die Kröten, sie scheinen fromm zu beten. Jedoch kein Fisch, ob Hecht, ob Salm, singt kein Hosianna, keinen Salm, erscheint die Ich-Theologie, kennt keine Fisch-Theologie. Marsha Kaleckow